Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut, ich hoffe ihr habt ein schönes Wochenende. Hier in Hamburg pisst es leider gerade, das ist nicht so schön. Zehn Gründe to go analog revisited. Ich würde mit euch heute gerne mal ein bisschen plaudern über etwas, das ich vor zwei Jahren geschrieben habe und in eine Mailkette implementiert, die die Leute, die sich in den Bam Bam Club Newsletter eingetragen haben, so bekommen. Das sind meist Beiträge, die sich großer Beliebtheit erfreuten und Fragen, die immer wieder aufkamen. Da habe ich zehn Gründe aufgeführt, warum man denn sich für die analoge Fotografie begeistern könnte und sollte. Da habe ich vor nicht allzu langer Zeit gleich zwei sehr nette Kommentare bekommen. Der eine Kommentar war also eine Mail, die dann an mich zurückgeschickt wurde, war Affentheater. Es gibt schon einen Grund, warum sich die digitale Fotografie durchgesetzt hat. Und damit, glaube ich, fängt mein Beitrag auch an, dass ich sage, dass es Sinn macht, dass sich die digitale Fotografie durchgesetzt hat. Und das zweite war ein ziemlich langer, nicht so erfreuter Brief über, was für eine Scheiße ich doch da erzählen würde. Und die Leute irgendwie, ja als würde ich sie missionieren wollen. Und mit der Religion halte ich es ja eigentlich so, dass ich sage, jeder darf machen, was er will, solange niemand anderen in die Luft sprengt und halt nicht zu stark missionieren geht. Ja, und vielleicht ist es ja so eine Mail rauszuschicken und Leute davon überzeugen zu wollen, analog zu fotografieren, sowas wie missionieren. Das Ding ist ja, dass die Leute in erster Linie zu mir kommen, weil sie irgendwie das Gefühl haben, boah, ist doch geil und vielleicht probiere ich das mal aus. Also es ist überhaupt nicht meine Intention, Menschen zu missionieren. Ich freue mich natürlich über jeden, der mit analogen Fragen zu mir kommt oder der mich anruft, wie, ob es jetzt Paul Hüttemann ist oder wer auch immer. Und die sich plötzlich für analoge Fotografie begeistern und Fragen haben. Freut mich das. Ich kann das ja verstehen. I can relate. Ich liebe die analoge Fotografie. So, und ich dachte mir, aber vielleicht wird es mal Zeit, diese 10 Punkte, die habe ich ja gerade mal ausgedruckt, nicht nochmal durchgelesen, dass wir diese 10 Punkte mal durchgehen und vielleicht, ja, muss ich irgendwas relativieren. Ja, so, also wir gucken mal. Mein Brief lautet, 10 Gründe to go analog. Die Vorteile der digitalen Fotografie liegen auf der Hand. Sieht man ja an der Entwicklung, die die Welt der Fotografie in den letzten 20 Jahren durchgemacht hat. Aber für etwas, das uns noch so viele schöne Stunden und Verzückung bereitet, kann man ruhig hin und wieder eine liebevolle Lanze brechen. Das ist doch nett formuliert, oder? Da müsste sich doch keiner, der digital fotografiert, ans Bein gepisst fühlen. Punkt Nummer 1. Mechanische, technische Geräte erlebt man. Mit allen Sinnen. Man spürt sie, man hört sie klicken und surren, man riecht das Leder, das Metall, das Öl, man hat etwas in der Hand. PS, kein sexuelles Wortspiel. Ja, ich nehme mal so eine M6 in die Hand. Und natürlich gibt es Digitalkameras mit Leder und die aus Metall sind. Gibt es, oder? Ja, Alu zumindest. Und, ja, vielleicht ist es also nicht ganz so korrekt, aber was definitiv stimmt, ist nach langer Zeit, also wenn ich den Hahn spanne bei meiner Leica M6 und das spüre, wie sich der Film darin weiter bewegt, ist es für mich ein wahnsinnig tolles Gefühl. Das mag jetzt an der Kamera liegen, ich muss sagen, ich mag bei meiner M10 auch, wie die ganze Kamera erschüttert, wenn ich den Auslöser drücke. Also dieses haptische Gefühl haben wir bestimmt auf beiden Seiten, aber ich habe doch das Gefühl, dass ich etwas Mechanisches in der Hand habe und irgendwie, keine Ahnung, es ist ein wirrer Fetisch für manche von uns, aber ich finde, es ist ein schönes Gefühl. Was ich darüber hinaus aber nochmal sagen muss, dass der ganze Prozess vom Fotomachen zum Entwickeln, zum Vergrößern einfach ein anderes haptisches Erlebnis ist, als eine SD-Karte in einen scheiß Computer zu schieben. Ja, also Punkt 1 würde ich sagen, erklären wir für Valid. Zweiter Punkt, analoge Bilder sehen schon gut aus, wenn sie aus der Kamera kommen. Da fehlt kein Korn aus Lightroom, keine Vignette, die man zufügen muss, keine leichte Farbverschiebung in den Schatten. Ihr wisst, also viele Presets machen da ein bisschen lila in die dunklen Bereiche, ein bisschen gelb in die hohen Bereiche und schon hat man einen schönen abgelaufenen Film. Also, no need for Presets. Also ich packe meine Presets auch auf analoge Bilder, wenn sie mir zu sauber sind. Generell, glaube ich, könnte man das aber so zusammenfassen, die fehlende Fehlerhaftigkeit bei digitalen Bildern, die nervt. Die nervt mich. Muss euch nicht betreffen, aber mich nervt sie. Und mich nervt das, vor dem Computer rumzusitzen und das alles machen zu müssen. Ich würde sagen, der zweite Punkt ist absolute Geschmackssache. Aber auch nochmal, und den Punkt, über den rede ich ganz oft, digitale Schärfe. Um diese ein bisschen wegzukriegen, müssen wir meist immer eine sehr große Blende verwenden und zusehen, dass einfach das meiste von unserem Bild unscharf ist und wir einen kleinen Bereich haben, der scharf ist. Bei der analogen Fotografie sieht auch mit Blende 2000, sieht auch mit Blende 9 ein Bild sehr schön aus, weil auch das alles, was scharf ist, nicht so richtig, richtig überscharf ist. So, also Punkt, Geschmackssache. So, Punkt Nummer 3. Deine vollmechanischen Kameras halten, wenn man sie regelmäßig nutzt. Über Generationen hinweg. Keine Elektronik, die den Geist aufgibt. Man kann auf seine Kamerasammlung blicken und sagen, irgendwann, mein Sohn, wird das alles dir gehören. Ja, stimmt, aber ich meine, es wurde auch viel Scheiße produziert und gerade die meisten, die sich jetzt für analoge Fotografie interessieren, reden ja nicht von den mechanischen Kameras, von der FM2, von der M6, also viele auch, aber ganz viele wollen ja einfach nur eine Point-and-Shoot haben und da muss ich ganz klar relativieren, Platinen und irgendeinen Scheiß, der in diese Plastikdinger verbaut wurde, klar geht der kaputt. Wie viele Leute, die ich kenne, Ben Münchow gerade mir gestern wieder geschrieben hat, sie hat hier T4 gekauft, die kommt bei dem an und die geht nicht. Ja, jetzt streiten sie sich darüber, ob sie ihr Geld wieder bekommen oder nicht. Klar, aber bei den vollmechanischen Kameras, die wirklich gut gemacht sind, die ein bisschen teurer waren damals, das stimmt in der Tat, die leben sehr lang. So, Punkt Nummer 4. Du erhältst gleichwertiges Equipment für weniger Geld. Wo bekommst du in der digitalen Fotografie eine Vollformat-Kamera für 20 Euro her? Nie vergessen, Kleinbild, 35mm, entspricht dem digitalen Vollformat. Ich glaube, klar, da geht es eher um den Punkt, da würden dann auch viele sagen, ach, brauche ich ja alles gar nicht. Ich meine, ich filme hier gerade auch mit einer GH4, die ein Mini-PiPi-Chip hat. Trotz alledem, wenn man das nur mal so vergleicht, weil Fakt ist halt Fakt, jede kleine, egal welche analoge Kamera, nee, nicht ganz, es gibt ja auch diese kleinen Spy-Cams und so, die benutzen noch ein kleineres Format, aber es entspricht dem digitalen Vollformat. Und deshalb bekommt ihr, klar, so gesehen, ganz schön viel Quali for a lot less of work. So, und das war einiges auch der Punkte, als ich damals zu Tails losgezogen bin und gefragt habe, warum denn die ganzen Kids, die noch keine Hipster-Kids waren, weil sie analog fotografiert haben, warum sie denn analog fotografieren? Und die meisten haben gesagt, wir haben das Geld nicht für digitales Equipment. Ja, es war, du bekamst jede Yashica T4 für drei Euro auf dem Krabbeltisch. Wer will das dann nicht? So, hinterher ist man natürlich immer schlauer. Wird ein bisschen zu hell, ne? Ich hoffe, ich überstrahle nicht. Ihr haltet das aus. In dieser Folge geht es um Informationen. Fünfter Punkt. Der Kontrastumfang deines Filmmaterials ist unvergleichlich. Du kannst Filme etliche Blenden überbelichten, wo digitale Bilder längst ausgebrannt werden, sagt ein analoger Film, chill mal, Diggi, auf mir ist alles easy. Und analoges Material kommt besser mit Mischlich, klar. Beides Fakt. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Ein, gerade in Schwarz-Weiß-Film, so ein Tri-X überzubelichten, da musst du schon ganz schön viele Blenden daneben liegen. Bei digital muss man aufpassen. Generell, wie ich immer sage, ne? Wenn ihr digital fotografiert, immer unterbelichten. Analoge Fotografie liebt das Licht. Immer überbelichten. So. Und hier auch nochmal ein kleiner Seitenhieb für all die Leute, die in ihren Facebook-Gruppen über analoge Geschichten reden. Ah, den Film, den musst du unbedingt eine halbe Bild überbelichten. Sonst wird dir nichts. Film verzeiht. Und dieses Ganze, ihr könnt vier Blenden daneben liegen. Und alles ist hunky-dory. Alles ist toll. Deshalb ist Filmfotografie auch easy. So, sechster Punkt. Vom Fotografieren über das Entwickeln bis hin zum Vergrößern. Du schaffst etwas mit deinen Händen. Es ist ein hochproduktiver Prozess. Und einer, der verdammt viel Spaß macht. So. Über den Punkt haben wir ja schon geredet. Und es stimmt. Es stimmt. Und es ist natürlich für jeden. Jeder muss das irgendwie machen, wie er will. Wisst ihr was? Ich nehme mal eine Live-Korrektur vor, oder? Geht das überhaupt? Kann ich hier auf ISO drücken? Und dann gehen wir mit dem ISO mal auf 400. Bam. Na? Geil. Siebter Punkt. Analoge Kameras sind sexy. Digitale? Pff, ciao. Abgesehen von Leicas brauchen wir doch nicht über das Design von digitalen Kameras zu reden. Okay. Das ist natürlich der Punkt. Das ist unfair. Denn viele von euch haben digitale Kameras. Erstmal ist es Geschmackssache. Viele finden ja auch so eine Canon Mark 40 schön. Ich finde es nicht so schön. So. Und, aber. Ich finde meine M10 schön, zum Beispiel. Das ist also totale Geschmackssache und ein ganz unfairer Punkt. Aber wir können festhalten, dass viele von euch, die ihre kleinen Fujifilms und so sehr schön finden, wir sehen doch wohl, an welchen Kameras diese Fujifilm digitalen angelehnt sind. Also könnten wir sagen, die analogen Kameramodelle sind die schöneren Vorbilder. Sollen wir das so halten? Okay. Achter Punkt. Dadurch, dass du nur 36 Bilder auf einer Rolle hast, passiert etwas Wunderbares. Wertschätzung durch Kosten und Verknappung. Ja, ein Film kostet Geld. Und glaub mir, solange du das weißt, wirst du auch für geile Bilder sorgen. Scheiß auf 7000 digitale Bilder und die horrende Zeit vor dem Monitor. Ja, also Ansichtssache. Ich glaube aber fest daran. Ich glaube fest daran, dass man sich mehr Mühe gibt. Und ich sehe das ja auch. Ich sehe das bei den Menschen. Ja, über den Punkt brauchen wir nicht zu reden. Ist halt so. Und die Frage auch noch, möchte man gerne durch 7000 digitale Bilder von so einem Shooting gehen? Wir können natürlich jetzt auch wieder sagen, ja, aber dafür hast du ja auch eine viel größere Auswahl. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das beste Bild dabei ist, ist groß. Ja, aber wisst ihr was? Wenn man ein besseres Bild nie gesehen hat, ist das gute Bild das Beste, was man hat. Und man kann sich sehr schön damit anfreunden. Deshalb, ich glaube auch nicht. Ich glaube, Perfektionisten sind einfach nur Arschlöcher. Und, ähm, nee, Punkt. Total geiles Zitat. Quote me. Neunter Punkt. Du lernst das Unperfekte, das Besondere zu schätzen. Saubere, perfekte, zu scharfe digitale Bilder sind nicht nur langweilig, sie sind schier unerträglich, weil es weder dem Leben entspricht noch unsere Fantasie beflügelt. Punkt. Sie sind der Hedgefond-Investor mit zurückgegielten Haaren und Ralph Lauren Hemd der Fotografie. Boah. Wann kriege ich meine New York Times Kolumne? Was soll ich denn dazu sagen? Ja. Auch Geschmackssache. Viele finden ganz saubere, digitale Bilder mega geil. Und ich muss noch mal runtergehen, oder? Nee, komm, jetzt lassen wir es einfach so, wie es ist. Mh. Würde auch hier wieder sagen, Geschmackssache. Aber so sehe ich das. So. Zehnter und letzter Punkt. Analoge Fotografie ist spannend. Kein Monitor, keine Ablenkung. Kein Monitor, Vorfreude auf das Ungewisse. Kein Monitor, wie Weihnachten, wenn die Filme zurückkommen. Liebe Ben. Ja. Ich missioniere auch noch nett. So was absolut stimmt. Und ich halte das für einen unfassbar schönen und tollen Zeitraum. Ist zwischen, ich weiß nicht, ich lebe, während ich fotografiere, in dieser Fantasie. Dass ich gerade die tollsten, schönsten Bilder mache. Ich habe gerade eine Connection mit dem Model. Ich sehe das Model durch meinen Sucher und denke, boah, ist die hübsch. Das muss ich der ganzen Welt zeigen. Und solange du nicht hinten auf den Monitor geguckt hast und gesagt hast, ach scheiße, die Augen zu und fuck, die ist ja gar nicht so fotogen, die ist eher so telegen, lebst du erstmal eine Weile in dieser Fantasie, bis diese Bilder zurückkommen. Und diese, erstmal die Überraschungsmoment, wenn die Bilder zurückkommen. Und du hast meist schon vergessen, was du genau gemacht hast und welche Posen und so. Ich finde, das ist eine ganz magische, ganz, ganz, ganz tolle Zeit. Wenn man dann seine Filme auch noch selber entwickelt, diese Vorfreude auf diese Bilder zu verspüren, finde ich, finde ich, finde ich, finde ich wundervoll. So und für alle, die jetzt sagen, nein, nein, scheiße, ich habe meine Zeit aber nicht gestohlen und ich, dieses, eben dieses ganze Prozedere, dass ich Geld ausgeben muss, so einen Film selbst zu entwickeln, was unter uns nicht besonders viel kostet. oder den wegzubringen und so. Ich glaube, wir reden da einfach von verschiedenen, auch Punkten der Wertschätzung. Wie jemand, der sich einen ganz tollen Montballon-Füller von seinem Mund abgespart hat und damit schreibt und jedes Mal, wenn er damit schreibt, schöne Briefe schreibt, seine Worte wählt und das Gefühl hat, das habe ich mir schon immer gewünscht und ich liebe dieses Schreibgerät und jeder, der sagt, da gebe ich mal Geld für was anderes aus, ich schreibe mit jedem Kuli, mich interessiert das nicht und das nervt mich jetzt auch, was soll ich denn überhaupt schreiben, ich tippe. Ihr seht, das sind einfach völlig verschiedene Ansätze, Dinge in seinem Leben zu zelebrieren. Und wenn man das, was man liebt und sein Hobby sich darin verliert und so viel Zeit und Geld wie möglich da reinsteckt, das finde ich, ist der Sinn eines Hobbys. Und deshalb verstehe ich das, wenn Menschen das in die analoge Fotografie stecken und um Himmels Willen ist das ein langes Video geworden. Das tut mir fast leid, aber ehrlich gesagt finde ich, das ist total toll, dass wir hier über solche Sachen reden können. Ihr Lieben, ich lasse euch jetzt in Ruhe, aber das waren meine zehn Gründe To-Go-Analog-Revisited. So, ja. Gut, und besonderer Gruß geht raus an meine lieben Patrons. Ihr seid der Zucker auf meiner Torte. Schönen Start in die Woche, ihr Lieben. Schönen Start in der Woche, ihr Lieben. Untertitelung des ZDF, 2020